Neuer Gaspreisschock. Meine Meinung und Einschätzung dazu jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Herr Mark Kökkemann und bevor wir durchstellen, empfehle ich dir den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich neue, interessante, spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Solltest du Fragen zum Thema haben und es ein Thema geben, was dich besonders interessiert, dann schreib das doch bitte hier direkt in die Kommentare rein. So manche anderen wird sich Montagvormittag die Augen gerieben haben. Ich selber auch. Der Kurs von Natural Gas ist um bis zu fast 10 Prozent aus dem Stand nach oben gesprungen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Meteorologen einen deutlich kälteren Winter erwarten. In den nächsten Wochen soll es in Europa nochmal deutlich kälter werden. Medien berichten darüber, dass die Durchschnittstemperatur im Vergleich, also die Durchschnittstemperatur der letzten vier Jahre zu dieser Jahreszeit im Vergleich zu diesem Zeitraum rund 2,3 Grad kälter sein soll. Das klingt im ersten Moment gar nicht so schlimm, aber das könnte die Bürger und die Haushalte dazu animieren, die Heizung höher aufzudrehen. Parallel dazu hören wir ja auch schon seit dem Wochenende, dass der Chef der Bundesnetzagentur weiter appelliert, man solle doch bitte mehr Gas einsparen. Wenn jetzt die Kältewelle kommen sollte, soll man nicht so viel Gas verbrauchen. Zwar seien die Füllstände der Gasspeicher mit 95 Prozent recht gut gefüllt, aber man macht sich Sorgen, dass sich diese Füllstände rapide reduzieren können. Dadurch würde Europa dann auf dem Weltmarkt nochmal deutlich mehr Gas nachfragen, wenn eben mehr Gas verbraucht wird und bekanntermaßen aus Russland kommt ja deutlich weniger bis gar nichts hier an. Das heißt, das könnte ein Grund dafür sein, dass der Gaspreis so nach oben getrieben wird. Wie weit der Preis ziehen könnte, welche Marken jetzt relevant werden könnten, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Start breckt durch, wie gewohnt im Wochenchart und da sieht es momentan eigentlich gar nicht so dramatisch aus, aber wir gucken da gleich mal ein Stück weit genauer hin. Ordnen wir das Ganze zunächst erstmal aus Perspektive des Wochencharts ein. Wir sehen hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, also einen Aufwärtstrend. Dann im weiteren Verlauf seit August diesen Jahres sind die Preise wieder zurückgekommen, der Kurs zurückgekommen hier bei Natural Gas und wir sehen hier, das Tief wurde angelauft, also diese Unterstützung bei 5,33,9. Dann gab es nochmal Schub nach oben, sogar trendartig, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, und dann ist das Ganze wieder erstmal in sich zusammengefallen, also der Kurs wieder nach unten abgerascht und wie quasi im letzten Video besprochen, wichtigste Unterstützung, hat hier unten dann erstmal gehalten, also die 5,33,9, die hat gepasst, von daraus hat sich dann der Kurs wieder erholt und wir sehen es gleich hier mit einem deutlichen Kurssprung nach oben. RSI noch nicht überkauft, RSI auch noch nicht überverkauft, sind wir da im Mittelfeld unterwegs. Unterstützung, wie bestätigt, hier zunächst auch weiterhin erstmal die 5,33,9. Widerstand auf der Oberseite haben wir so grob 7,67 bis 7,84. So bei 7,84 würde ich es momentan auch erstmal hier so belassen, neben aktuellem Chartbild. Damit kommen wir zum Tagesschart und da sehen wir es schon ein bisschen genauer. Wir sehen es hier, das Gap nach oben hin, also den massiven Kurssprung, den wir hier gesehen haben, direkt hier zum Wochenauftakt. Hier die Widerstandsmarke, die ist seit dem letzten Mal nach oben nicht nochmal durchschlagen worden. Also wir haben hier keine höheren Hochs bekommen, im Gegenteil, wir sind hier wieder recht deutlich nach oben durchgerauscht, aber man erkennt hier auch wunderbar und deutlich, dass eben diese Unterstützungsmarke hier entsprechend gehalten hat. Also wir haben auch per Schlusskursbasis auf der Unterseite kein Tiefriss tief ausgebildet. RSI war überverkauft und dann sehen wir hier zunächst erstmal diese technische Gegenreaktion, die wir bekommen haben im Chart und dann jetzt hier einen weiteren Impuls nach oben. Ausgebremst momentan erstmal hier am geleitenden Durchschnitt. Dann sehen wir ja auch, dass wir zwar im Wochenchart übergeordnet einen Aufwärtstrend haben und dementsprechend dann hier jetzt in der Korrektur des Wochencharts und auch hier dann eben immer wieder diese Wechsel drin haben von Auf- zu Abwärtstrend. Wir sehen es hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung nach oben durch, Korrektur, wieder Bewegung. Dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also hier quasi der Bruch, dann die Korrektur, Bewegung, das Ganze dann wieder abgeflacht, hier nach unten weggefallen, also Wiederbruch. Also es bricht sich quasi, wenn man so will, hin und her. Von daher momentan so diese Widerstandsmarken in dieser Seitwärtsphase meiner Meinung nach ja dementsprechend auch wichtig und vielleicht auch neuer Impulsgeber. Also Aufwärtstrend hier im Tageschart erstmal wieder intakt oberhalb dieser Marke, oberhalb des Hochs hier aus November, Ende November, oberhalb von 8.14.7. Dann weiteres charttechnisches Widerstandsziel hier bei 9.19.4. Ja, Unterstützung hatten wir glaube ich schon gesagt, bleibt weiterhin auch hier wie im Wochenchart, weil eben mehrfach bestätigt, hier einmal, hier einmal und da einmal bei 5.33.9. Solche Kurssprünge, die kennen wir aus der Vergangenheit, sonst eher so vom Öl, wenn es hieß, es kommt ein Sturm auf oder ein Drogensturm oder Ölverarbeitungsanlagen könnten Witterungs- und wetterbedingt ausfallen. Dann haben wir das da auch schon mal gesehen, diese kurzfristigen Preisschocks, da hast du die Kurse dann dramatisch nach oben ziehen und da stellt sich dann auch immer noch ein bisschen die Frage, naja, wie nachhaltig ist das denn? Ja, also werden die Kurse dann weiter angetrieben oder dieser kurzfristige Preisschock fällt dann wieder in sich zusammen und reduziert sich das Ganze wieder und fällt wieder nach unten weg. Was noch so eine Auffälligkeit hier ist im Tagesschart eben, dass wir mit diesen wieder ansteigenden Kursen auch zum einen diese Kurslücke nach unten wieder geschlossen haben. Also da hatten wir auch die Situation, dass Preise eben noch unten wegbrechen können. Wir haben es auch hier nochmal gesehen im Chart, also auch hier diese Marke in der Zeit, hier aus September, dass es dann zu Kurslücken kommt. Also so richtig ungewöhnlich ist es nicht, also das kennen wir durchaus. Aber die freundene Frage bleibt dann eben, wie weit wird zum Kurs dann wieder nach oben getrieben oder eben auch nicht. Ja, damit sind wir schon im Stundenchart. Ziehen wir es mal ein bisschen auf, ein bisschen tiefer rein. Wir sehen es nochmal eben hier mit dieser wichtigen Unterstützung. Im Vorfeld auch der Kurs deutlich nach unten gekommen. Und dann sehen wir hier, dass die Bullen schon in den Markt reingekommen sind. Die wurden dann nochmal eben von den Bären ausgebremst. Also das wurde hier, diese Kursanstiegen wurde relativ fix wieder abverkauft. Aber dann ging es hier schon los. Also wir haben einen Schub nach oben bekommen, kurze Korrektur, die wurde direkt wieder aufgekauft. Also es ging direkt wieder mit, Schub nach oben. Also sehen wir, dass wir dann hier so eine Interessensumkehr, will ich es mal nennen, bekommen haben. Also Schub nach oben. Die Korrekturen dauerten länger und dann immer wieder eben entsprechend mit diesen starken Impulsen ging es rauf. Also wir sehen hier zunächst erstmal im Vorfeld Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Das Ganze dünnte dann an der Unterstützungsmarke aus. Hier dann der Bruch, die Korrektur. Retest hier an der Unterseite, nicht vollständig, aber sehr deutlich dran. Und dann Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt nochmal hier diese massive Bewegung, also sehr deutlich der Kurs nach oben geschossen. Wenn wir hier eine Kerze reinmalen würden, dann würde die hier steil nach oben, Pfeil gerade nach oben rausgehen. Wieder kurze Korrektur und wir sehen, dass eben diese Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, schon auch zum Wochenauftakt hier am Vormittag, dass die direkt wieder aufgekauft wird und durchaus hier nochmal der Kurs weiter anziehen könnte. Chart-Technisches Widerstandsziel aus meiner Perspektive hier in diesem Bereich 7,081 Dollar. So ganz grob hier. Wir sehen es hier, die ehemalige Unterstützung aus dem Bereich. Dann sind wir hier sehr zügig nach unten durchgelaufen. Dann nochmal Korrektur und Widerschub nach unten bekommen. Also hier haben wir für das tiefere Tief hier den Start quasi der Bewegung bekommen, oder wo richtig Gas gegeben hat, der Kurs. Also durchaus möglich, dass wir von hier dann nochmal Widerstand bekommen. Auf der Unterseite, der Trend läuft so lange, wie der Trend läuft. Wir sehen es ja hier nochmal. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Also erste Unterstützung auf der Unterseite. Die hätten wir dann entsprechend, logisch und konsequenterweise hier grob in diesem Bereich. Wir sehen es hier, das ehemalige Hoch. Dann sind wir nach oben durchgelaufen. Nochmal Korrektur und von dort aus ist der Kurs dann wieder nach oben gestartet. Also erste interessante Unterstützung meines Erachtens nach bei rund 6,061. Der RSI schon im überkauften Bereich. Das durchaus. Von daher, wie wir es ja wissen, schon mehrfach besprochen haben. Jetzt wird es interessant. Machen wir ein höheres Hoch. Also geben wir nochmal die Gas nach oben, ohne dass der RSI nochmal mitläuft. Das könnte aus charttechnischer Sicht nochmal zutreffend sein für den Widerstand auf der Oberseite. So, weiter erstmal zu meiner Meinung und meiner Einschätzung zu Natural Gas. Wie es am Ende weitergeht, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber zumindest haben wir uns erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tagesschart und im Stundenchart. Denke auch bitte mal dran, alles was wir im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen. Das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.